und jetzt haben wir noch die mission das archiv auch hier auch relativ eng alle relativ nah dran könnte durchaus schwierig werden wenn hier schon die kammen wir vorkommen ziemlich nah dran stehen in den letzten nightmare runden dann geht auf jeden fall nur so und kekse aktivieren oder halt wieder mit tyrese in den kreisen arbeiten und dort versuchen schöne kreise oben und unten zu ziehen um dort möglichst die kamen welfs aufzuhalten mit den kriegern kann man sie natürlich schön wegstupsen dahingehend eventuell auch ein bisschen klicksabhängig die mission wo dann in den letzten runden die kamen welts stehen das war's zur mission das archiv eigentlich schon